Spider ist eine Passias, die mit 104 Karten gespielt wird. Die Auslage besteht aus 10 Spalten. Die ersten 4 Spalten enthalten jeweils 5, die restlichen 6 Spalten jeweils 4 verdeckt liegende Karten. Darauf wird pro Spalte jeweils eine aufgedeckte Karte gelegt. Im sogenannten Talon befinden sich die restlichen 50 Karten, mit denen im Verlauf des Spiels 5 mal jeweils 10 neue Karten ausgelegt werden können. Ziel des Spiels ist es die 8 möglichen farbechten Familien in absteigender Folge von König bis Ost zu bilden. Eine vollständige Kartenfolge wird aus der Auslage herausgenommen. Innerhalb der Auslage können die Karten in absteigender Folge ohne Beachtung der Farbe aufeinander gelegt werden. Beispielsweise Karo 8 auf Pik 9. Dabei können entweder einzelne Karten oder Kartenfolgen gleicher Farbe von einer Spalte in eine andere verschoben werden. Auf einem As kann keine weitere Karte abgelegt werden. Gibt es keine Möglichkeiten mehr, Karten innerhalb der Auslage anzulegen, wird jeweils eine Karte vom Talon auf den 10 Spalten abgelegt. Freie Spalten in der Auslage müssen vorher mit einer beliebigen Karte oder einer zulässigen Folge von Karten belegt werden. Erste der Talon aufgebraucht und in der Auslage können keine Karten mehr angelegt oder verschoben werden, bevor die 8 Familien gebildet wurden. Ist die Passiers gescheitert? Variationen Schwierigkeitsgrad niedriger Der Schwierigkeitsgrad der Passiers wird niedriger, wenn nur zwei Kartenfarben für das Spiel verwendet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Passiers aufgeht, wird nochmal erhöht, wenn nur eine Kartenfarbe genutzt wird. Schwierigkeitsgrad höher Bei der normalen und der zweifarben Version wird auf eine echte Folge von König bis zur 2 einig zu dieser Folge Passendes Ass gelegt. Somit ist keine Farbechte Familie gebildet. Die Folge kann nicht entfernt werden und die entsprechende Spalte ist für das weitere Spiel blockiert. Die Passiers ist dann aufgegangen, wenn beispielsweise in der zweifarben Version vier echte Folgen roter Karten ein schwarzes Ass und vier echte Folgen schwarzer Karten ein rotes Ass als Abschluss haben. Sinnvoll erscheint diese Variante bei einer Computerversion der Passiers, da eine farbechte Folge automatisch aus der Auslage genommen wird, sobald das dazugehörige Ass angelegt ist. Der Spieler muss somit darauf achten, dass er das passende Ass nicht anlegt, da in diesem Fall wegen der automatischen Herausnahme der Folge die Passiers gescheitert wäre.